Die Sonne scheint, der Schnee ist super, es macht echt Spaß. Das Schiengebiet gefällt mir gut und deswegen bin ich auch schon das 15. Mal, glaube ich, hier. Ja, wundervoll ist es heute. Es ist einfach schwierig hier. Es ist wirklich wie ein Wintermerchen. Nächstes Mal müssen wir früher kommen. Das ist geil. Es ist einfach ein schönes Skigebiet, nette Leute, familiär. Man kann super Skifahren, auch alles schön steil und so. Also das ist sehr zu empfehlen. Schnee tiptop, Leute sind gut drauf. Heißt, ob wir taulen. Besser wie heute geht es gar nicht. Musik Musik Ich möchte da gar nicht mit drauf. Da kann ich leider nichts zu sagen. Das Nightlife ist natürlich hier spitze. Da gehe ich eh nie hin, ja. Das müssten Sie einen Schnitt machen. Aber man hört ja so, was die anderen so erzählen. Das ist wohl echt stark, ne. Also ich war ja schon öfters in Obertauern und als letzte Lösung ist das immer ganz schön. Das müssten Sie einen Schnitt machen. Musik 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 Vielen Dank.